Zum fünften Mal hat DRK-Ausbilderin Melanie Fröllje für Nachwuchs bei den schuleigenen Lebensrettern gesorgt. Die Idee, Schüler für den Erste-Hilfe-Dienst einzusetzen, entstand damals im Lehrer-Kollegium. Wer den Kursus in der fünften Klasse belegt, wird laufend nachgeschult. Ausgestattet sind alle Schulsanitäter mit einem Walkie-Talkie. Über Funk können sie jederzeit Notrufe entgegennehmen. Zum Erste-Hilfe-Kursus gehörten für die Jugendlichen auch ganz banale Weisheiten. Nach der Erstversorgung wird ein Arztbesuch empfohlen. In manchen Fällen ist das auch dringend erforderlich. Ob das Opfer sich nämlich etwas gebrochen hat, kann nur im Krankenhaus festgestellt werden.